V. Die außerirdischen Besucher kommen zurück. Neu im August, die Kassetten 7, 8, 9 und 10. Der Kampf geht weiter. Mike Donovan und Ham Tyler beobachten geheime Waffentransporte der Besucher in die offene Stadt. Die Außerirdischen machen mobil, während Nathan Bates, der mächtige Mann von Los Angeles, schwer verletzt um sein Leben kämpft. Der skrupellose Charles verspricht Mr. Chang die Herrschaft über die Stadt, wenn er Bates findet und tötet. Willie, der Freund der Widerstandskämpfer, wird angeschossen und liegt im Stärken. Nur Elizabeth könnte ihn noch retten. Ham, Donovan und Juliet gelingt ein entscheidender Schlag auf die Nachschubwege der Außerirdischen. Daraufhin schickt Diana ihre besten Leute los, um endgültig mit den Freiheitskämpfern aufzuräumen. Doch zur gleichen Zeit erfährt sie empört von Charles' neuen Plänen. Hass, Neid und Eifersucht machen sich unter den Besuchern breit. Und Lydias teuflisches Vorhaben fordert ein schreckliches Opfer. Donovan! Martin! 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 Auch er hält Donovan für Martens Mörder und fordert ihn zum Duell auf Leben und Tod. Die tödliche Bedrohung durch die Außerirdischen hält an. Die Menschen sind in der Welt. Kann Donovan die Menschheit retten? Oder wird Diana triumphieren? V. Die Außerirdischen Besucher kommen zurück.